Oh, ich glaube, ich muss hier laufen, dann rüberspringen, da laufen und dann da dranspringen. Ach, du Scheiße. Puh, ich bin der beste Jedi der Welt. Okay. Okay. Ziemlich weit oben hier. Oh. What the fuck? Was ist das denn für ein Vieh? Ach, fick dich. Wer bist du denn? Jawohl. Ja, mit dem Controller geht es jetzt schon wieder besser als gestern. So, kommen wir nochmal zu dem fetten Monster. So, lass ich erstmal um die, um die Dinger da kümmern. Komm, schnapp ihn dir. Okay, und jetzt, äh, wir wären noch da. Ja. Nein, weg, weg, weg. Ach, du Scheiße. Weg, komm. Och, Mann. Ah. Jetzt mach ich es dir am besten, ey. Keine Ahnung. Du hast ihn die kaputt machen. Nein. Ja. 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 wasser typ bin ich auch gott jetzt habe ich das liebe liegt und jetzt kommen wieder sturmtruppler so schnapp ihn dir was machst du so? keinen Bock mehr oder was? nein 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 was denn ich bin noch im rumnen oh oh weg weg nein oh man wuuh bim was mache ich denn oh gott jetzt spielen wir ein bisschen die weg 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 Csimm weg weg oh mein gott das ist so frustrierend geh doch erstmal zu ihm das ist jetzt scheiße das ist jetzt echt kacke weg Stim 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 nimm doch ein Stim verdammt nochmal ein Stim ja ich krieg doch ich kann nicht an ihm dranbleiben das müssen wir dem Oberkommando melden warten wir das überprüfen nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn Weg 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 weg! Verdammter Cycling! Hilfe! BD1! Ihr solltet fließen! Ich sollte mich zurückziehen! Kein leichtes Ziel! Bestätigt! Fickt euch! Husch! Ich hab keine Macht mehr! Wir gewinnen! Scheiße! Hätte ich noch Macht gehabt!